Ich habe einen Baum abgebaut, mit hier mit Holz und der Direktor. Der ist sofort nachgewachsen, ne? Ja, eine Minute. Wenn du im Discord bist, springen. Achso stimmt, ist Ladeshoot eigentlich Discord? Könnte man jetzt mal herausfinden. Was ist denn hier? Herzlich willkommen hier. Ladeshoot, wenn du mich hörst, kannst du dein Eis und den anderen das Gold hinter dir. Oh, ich sehe gerade. Boah, Hilfe! Ich verstecke hier einen Baum. Hilfe! Ich habe die... Das Gras wächst hier so krass nachgleich, das Laub, ne? Ich sehe gerade... Ich wurde gerade zwischen dem Baum eingeführt. Wie lange spielst du schon in der Minecraft-Wählen? In der Hälfte haben wir gerade erst angefangen, ganz frisch. Also letztens haben wir schon mal ein bisschen was gemacht. Ich habe eine Schauerräume. Die wachsen gleich wieder nach, sofort, ne? Ja, ich habe hier die Sekunde Zeit. Also das ist auch krass. Hier hinten ist ein Baum, den kannst du nicht fällen. Da wächst sofort nach. Ja, weil es backt wieder. Das kann natürlich auch sein. Wir haben den Server zum Absturzen gebracht. Vielleicht ist es das, wirklich. Du drehst dich kurz um, baust den anderen Baum ab und zack, steht da wieder ein Baum. Ne, der droppt raus. Jetzt ist er rausgedroppt. Vorhin ist er auch so schnell gewachsen. Jetzt geht es aber gleich. Aber ich habe keine Setzlinge mehr. Also, ne? Wir haben nur noch drei Setzlinge. Es geht uns ganz schön... Ja, ein Setzling. Okay. Also, so richtig viele droppt das ja alles nicht. Ich habe vier Setzlinge gebaut. Ich habe auch vier jetzt, ja. Sitzt schon wieder einer da drinnen. Okay, da ist auch schon ein neuer Baum gewachsen. Ich gehe wieder Steine holen. Ich brauche wieder hinten noch ein paar Steine und dann können wir da ein Haus bauen. Das wird schön. Guck mal, wie klein diese Grünfächer hier bloß ist. Das ist ja der Hammer. Twitchy. Ja? Wir haben zehn Dears, wenn nicht einer von euch noch Dears preis. Ich habe auch noch einen. Also, ich habe keinen Dears. Wir haben zehn Dears. Wir haben zehn Dears. Und was machen wir damit? Willst du jetzt einen Diablock draus machen? Ich habe drei bei mir. Ja, die... Ähm, ich habe unendlich Holz. Ich habe unendlich viel Holz. Ich habe unendlich viel Holz. Ja. 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 Guck mal. Warte, ich brauche gerade Steine ab. Was willst du damit jetzt machen? Boom. Seine Logik, die ist fern von jeglicher... Also, ich würde mich freuen, wenn wir jetzt einfach mal wirklich tatsächlich dem Projekt ein bisschen nachgehen, ne? Ähm, das wäre so meine Idee. Und wenn du wirklich was echt interessantes hast, gucke ich es mir auch gerne an. Ja, da ist dann hier was abgebaut. Also nicht gebaut. Warte. Ja, super ist das. Ja, das ist halt, ne? Also, wenn jetzt nur Markim und ich die Einzigen sind, die hier wirklich mitmachen, dann spüren wir nächstes Mal auch bloß zu zweit. Ich mache doch ganz viel. Du machst doch auch nicht mit. Du machst doch auch nur Blödsinn. Nein, das stimmt ja gar nicht. Ich habe so ein Vias und voll viel Eisen und äh... Ja, du hast ja recht. Wenn du nächstes Mal PvP machen, dann schlafe ich dich, bis du wohl geh. Ich hätte eine PvP-Arena noch. Ja, genau. So. Komm, wir brühen uns. Okay, also ich bleib mal dabei, dass ich da hinten mein... Ja? Können wir mal deine Rätseln geben? Warte. Ich habe irgendwie eine Netawarza eingesammelt. Ja. Können wir mal deine Rätseln geben? Ich habe acht Rätseln. Du droppst das einzeln. Das weiß ich auch nicht, weil ich das im Ganzen... Also ich habe das jetzt einfach so einzeln. Ich drücke das immer... Ich drücke dann immer auf Kuh, um das zu droppen. Und da ist das einfach so... Das holt dann hier unendlich viele Bäume ab. Das ist gut so. Das Holz brauchen wir nämlich gleich, weil wir nämlich hier gleich ein Haus hin bauen wollen. Aus Holz. Oh, das ist egal. Oder Ende. Das ist jetzt immer hier nach. Mag ihm bitte einmal Rätseln hier. Ja, bei mir ist jetzt hier übrigens gerade Nacht tatsächlich. Für meine Hütte zu Ende bauen. Da! Ne? Hier ist ein Baum. Guck mal, hier oben ist ein Apfel auf dem Baum. Oh! Denn raus aus meiner Brücke. Eins der Kult! Eins der Kult! Toll ist das! Cool! Geh oben mal! Das ist cool! So, man muss das eigentlich... Warte mal! Pass auf! Du hast zwei Möglichkeiten! Entweder benimmst du dich, oder du fliegst! Ich will hier meinen! Das ist meine Ecke! So, ein kleines Kind, sechs Jahre alt und erwachsen muss ich sagen. Nicht ernst gemeint. Ja, ja, so ist es aber tatsächlich. Ja, so ist es wirklich. Ist böse gewesen. Sauer! Unkontrollierte Wut spüre ich hier. Mach ihn blockiert mir! Guck mal hier! Wir haben, äh... Getting Wood hat den... Ich werde einen legen! Gegen Mach ihn! Gegen... Ja, ist klar! Ich hab noch volle Energie! Ich weiß nicht, was mit euch aus ist! Also stimmt, bei mir ist auch so! Ich hab wieder mal keinen Appetit und nichts! Also das ist ja... Alles gut! Aber mir dauert das echt zu lange, Steine zu fangen! Dann... Du hast einen Löffel wert! Ich... Ja, ich... Ich baue halt... Ich baue halt viele Steine ab, ne? Ich hab die Eisenspeziale jetzt auch gleich kaputt, ja! Och, jetzt soll auch noch... Mann, sonst fällt dir denn ein, wenn der Baum jetzt nachgewachsen wird, wer den Baum erstickt! Der sollte die ganze Zeit... Und du hast es bei mir gehilft! Stalala! Aber schöne Minecraft-Musik geht hier wesentlich ab und zu mal an! Das gab ja früher Zeiten, da ging auch keine Minecraft-Musik! Wer ist weg? Soll ich euch mal ne Dia... Sag mal, die verzaubern, die eben? Jetzt ist mir gerade eben in die Dia verbrannt, das ist natürlich auch schön! Die ähm... Quitschi? Äh... Ich brauche im Moment keine! Kann jedem mal ne Dia spielen! Ich weiß gar nicht, wofür brauchen wir überhaupt Dia? Um nachher Obsidian abzubauen, brauchen wir Dia! Ja, und es geht einfach nicht! Äh... Frage zwischendurch! Kann man denn hier eigentlich ein Neder-Portal bauen, oder ist das auch deaktiviert? Ich glaube... Ich glaube... Geht! Ich denke mal, dass es deaktiviert wird! Weil... Dann bräuchte man bloß ein paar Lava-Eimer und dann... Wenn wir genug Geld haben und durch den Neder war's dann kriegen wir ja Geld... Dann könnten wir rein theoretisch... Ich glaube, es geht, aber... Ich hab's nicht gemacht... Und es wird bestimmt einfach nur ne zweite... Wo man äh... Blaze farmen kann, wenn wirklich Mobs spawnen! Das wäre aber auf jeden Fall cool! Das hat mich letztens mein Sohn schon gefragt, ob wir denn hier überhaupt ins Neder-Portal kommen! Und da sag ich... Ich bin mir nicht so sicher! Es wäre theoretisch möglich! Soll ich mal pumpen? Na, hast du denn Obsidian? Ich kann Obsidian machen! Ich hab genug Geld! Guck mal, die Leute, die so viel YouTube-Money haben! Ja, meine Frau Mecke ist wieder frei! Dankeschön! Ich hab ein Stack und zwei Holz! Oh, Holz! Ich hab voll viel Eisen! Ich verkaufe Holz! Mach ihm, soll ich dir was Kraften? Spitzhacke! Ne, Spitzhacke! Ja! Ich mach dir... Soll ich dir eine aus Stein oder aus Eisen machen? Eisen! Ich hab grad Eisenherz nachgelegt! Okay, warte, warte, warte! Ich hab ganz viel Eisen bei mir, aber es ist früh verkauft! Ich verkaufe... Ich verkaufe... Ich verkaufe... Ich verkaufe Holz für... Ähm... Ein Holz! Ich mag ihm, ich hab 29 Eisen! Warte, was auf! Warte, was auf! Ich mach dir eine! Ich mach Sticks! Ich hab 15 Setzlige! Ich bekomm hier immer mehr! Und jetzt hab ich zweitens noch... Eisen-Spitzhacke! Warte mal! Wenn du Eisen willst, hinten... Direkt hinter der Mining-Stelle sind, da ist noch Eisen... Warte, ich mach dir gleich mal eben direkt zwei... Spitzhacken! Papa! Ich verkaufe Holz für Eisen und das ganze Eisen, das ich kriege, gebe ich dir! Marki, wo bist du? Hier vor mir, ne? Komm her! Ja! Ich mach dir gleich zwei, ja, guck mal! Kladeschule hat einer geklaut, stimmt's? Nö, hab ich beide, danke! Spielt ihr in einer endlichen Welt? Ich glaube, ja! Das ist, glaube ich, eine endliche Welt! Ähm, die... Die geht nicht ewig weit, aber sie ist schon relativ... Es ist schon nicht ganz ohne, was wir hier an der Größe haben! Geht schon ein Stück! Siebzehn Sitzlinge! Das mach ich für mich auch noch eine Eisenspitzhacken! Wir haben, dann ist das Eisen schon wieder alle, ne? Papa! Ja, was denn? Ja, Stefan, den du mir gegeben hast, den ganz und gar nicht! Wie sieht's denn aus mit dem Akku? 25! Ja, dann geh mal die Rosane da hinten holen! Sind wir jetzt Kopfhörer ab? Dann ist der Akku schon leer von der Powerbank! Ja! Ähm, Steinspitzhacken, wollen wir auch gleich nochmal in eine neue? Warte! Ich geh mir dran, was mir will! Was willst du jetzt von Schokolade? Nö! Einfach bloß was? Einfach bloß was, ne? Das klingt ja schon mal gut! So! Ich mach gleich zwei Steinspitzhacken! Was soll der Geiz? So, dann werde ich mal Eisen in den Ofen reinfeuern mit! Genau! Zack! Da haben wir schon mal 24 drinne! Ein bisschen Kohle hau ich mit dazu! Das passt! Und dann können wir auch Gold schmelzen! Ich weiß nicht, ob Gold schmelzen noch... Weiß ich noch nicht so richtig, ob das einen Sinn hat, aber... Ja, gut! Goldbarren hab ich, äh... Ja, Goldbarren, ich seh's gerade! Kann man verkaufen, ja! Smooth! So! Ich hab 40 Steine im Moment! Das reicht! Ja? Wie wollen wir denn das Ding anmachen? Kann man Feuerzeuge machen? Na, das ist... Da bin ich mir selbst gerade nicht so sicher! Was brauchst du ja? Wasser... Quelle! Bin mir gerade selbst nicht so sicher, wie wir das machen könnten, weil... Was braucht man? Wir brauchen ja für ein Feuerzeug Eisen und Flint, ne? Ja... 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 Ja, und Flint... Genau, es gibt ja kein Keys! Ich glaub schon, dass es... Aber ich... Kann man nicht... Sag mal, hängt das nur bei mir so mit dem Discord, oder ist das Red auch bei euch immer nicht zu verstehen? Hm... Ich hör da gar nicht mehr zu! Das ist... Bei mir ist es irgendwie... Ne Feuerkugel können wir bauen! Da brauchen wir Lohnstaub für! Ist doch interessant! Lohnstaub gibt's ja aber im Moment noch nicht! Na gut! Lohnstaub kriegst du aus Lohn und Lohnzentimeter! Ach so, ich glaub ja, das Red baut hier gerade auf jeden Fall... Ordentlich ab! Seh ich grad! Ja... Was ist denn? Du achst noch ein Bonbon? Darf dir Bonbons essen? Was hast du denn geholt? Obst? Ich seh's nicht! Ein Kinderriegel? Ja, super! Den könnte man auch als Gesicht auf dem Kinderriegel vorne drauf machen! Können wir ja auch mal ein Bild von ihm machen! Ja genau, ein Minecraft-Bild von dir! Mit so einer Kinderschokolade! Du, da fällt mir ein... Du hast so lange Zeit, dass du... Dass du ähm... Ne, der Portal könnte das werden! Du müsstest langsam dir einen Wunschzettel ausdenken für den Weihnachtsmann! Das ist doch lange nicht so weit! Das ist doch lange nicht so weit! Ach, das ist doch lange nicht so weit! Das ist erst November! Das ist erst November, ja! Guck dir das mal an! Der Baum ist schon wieder fertig! Wie geht denn das? Guck dir das mal an! Okay, hier wird überall gebaut! Ladeschut baut! Marking baut! Gehen wir mal hier außen rum! Ich geh rüber in die andere Höhle! Ich bin bei dir hinten! Ja, ja! Ich nehm die Eisenspitze gleich und zieh hier durch! Wir bräuchten in der Eisenspitze mit Unendlichkeit, war? Irgendwie so, damit wir... Damit die ewig haltbar ist! Reparatur! Gibt's sowas, ja? Ja! Ja, gibt's, aber ist richtig selb! Ja! Als Verzauberung meinste! Mhm! Okay, warte mal, was ist denn das? Also, ich hab unendlich viel Nerven, aber nicht ne unendliche Spitzsache! Ja, das heißt, wir müssten uns hier in den Charming-Tapel bauen, um zu sehen, ob sie viel... Ups, wir haben's hier! Spiele hält, das ist auch da! Leder braucht man viel, ab... Spiele kaufen, um die Höhlen! Leder kann man auch, ja? Ja... Okay, ihr... Äh, warte mal... Okay, ihr in die Höhle, aber nicht zum Enderdrachen! Also, ich glaube, dass wir heißen, wir können in Neta, aber nicht in Enderdrachen... Ich bin mir aber nicht ganz sicher, das Ende kann man wahrscheinlich nicht! Oh, guck mal, da stand grad irgendwie was mit... Da stand grad ne Meldung, wenn du keine Blöcke abbauen kannst, dann starte mal dein Minecraft neu! Das Problem hab ich nicht! Ne, du kannst nicht craften, ne? Ja? Ja? Wenn du dich umdrehst... Ja? Dreh dich mal um! Sagen wir doch mal, gibt's nicht eine automatische Steinabbaufarm? Das wär doch auch geil, oder? Das sind Öfen! Der ist der Öfen, der genau hier voll ist, der da... Da kommt immer Gold rein... Ja? Und den anderen, der dann... Und immer ein bisschen mit... Ach so! Hier bitte? Wie wird's Rettstown gekommen? Hier bitte? Wie wird's Rettstown gekommen sind? Der... Ne, der... Das Rett hat hier hinten... Was ist denn das? Was klingelt denn hier so? Hast du noch nicht gesehen, was ich hier gebaut hab? Ach so! Der... Der Markim klingelt hier! Hier! Markim, der wo klingelt! Kannst du mir deine Rettstown geben, was du gefragt hast? Markim, geh mal... Ach so! Bei meins, meinst du? Wo bist du denn? Bist du vor mir? Ja? Bei dir! Wow! Das ist cool! Warum spielt dein Diamant? Okay, Markim versucht hier hinten auch... Was versuchst du denn Markim? Was machst du denn Markim? Ich mach hier hinten zu! Das ist gut! Das ist gut! Bei mir leckts? Das leckts bei dir auch? Bei mir bewegt ihr euch nicht! Oh, warum nicht? Hey, guck mal! Dann musst du vielleicht auch mal ganz kurz draußen wieder reingehen! Oh, das ist doch so ein Sack! Ich hab keine Probleme! Also bei mir... Aber du wirst du was? Bei mir bewegt sich Markim aber auch nicht! Ja, okay! Da bin ich nur vom Server getrennt! Alles klar! Bei mir bewegt sich auch niemand! Na, dann bin ich auch gleich raus! Solange wir bauen können und das bleibt! Sag mal, du brauchst Haltbarkeit 3 für eine Spitzhacke und Endlichkeit ist für den Bogen! So ist es richtig! Ah ja, ist klar! Haltbarkeit 3! Also warte mal! Also warte mal! Witschi! 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 Das Problem ist einfach, es bewegt sich keiner außer ich gerade! Bist du dir sicher? Da ist kein Rest noch geschwebter Luft! Das, was ich dir vorhin rausgeschmissen hab! Ich helf dir! Also nochmal ganz kurz! Ich geh nochmal ganz kurz! Was haben die denn alle für Probleme? Naja, du! Man muss doch ab und zu mal neu starten! Das ist doch okay! Also ich zeig... Es wird einfach mehr sterben! Ich würde nochmal zeigen! Wir haben also hier Skyblock.pe Die Serverdaten sieht man hier nochmal! Play.skyblock.pe.com 19.1.3.2 ist der Port und es sind maximal 85 Leute, die drauf können! Das ist doch gut! Guck mal hier! Guck mal hier! 85 Leute ist doch richtig gut im Vergleich zu einem Realm, wo bloß 10 Leute gehen! Ich bin gespannt! Glitter! Also ich würde natürlich auch, wenn ich so einen Server wie den hier, wenn man sowas auf die Beine stellen kann, als Nitratoserver, würde ich auch wahrscheinlich sagen, hätte ich auch kein Problem damit, aber miete ich auch einen Server bei Nitrato, können wir auch machen! Müsste man jetzt sagen, wenn da jemand Bock drauf hat, dann mach ich so wieder Sari und wir machen das so, dass die Zuschauer einfach mal hier und da einen Euro spenden und schon kann man das davon finanzieren! Das wäre alles kein Problem! Glitterportal ist am Start auf jeden Fall! Oh, es ist zu! Mario, hast du schon zugemacht hier hinten? Ja! Siehste, ich habe das vorhin gar nicht mehr gesehen! Siehste, siehste, alles gut! Der KevinSG hat das Spiel betreten! So, jetzt haben wir hier... Lars, wenn du in den Stream guckst und mich... Äh, gib mir mal... Äh, Quiti, ich hab dir ja... Ich hab dir ja was geschickt, dass du mich hier... ...strukturierst. So, wie eins hab ich mal... Genau, schrägstich home1, musst du schreiben! H-O-M-E-1! Ja! 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 Wanneer mal mit! Ich hab auch einen erwcapatet! Ich hab aber mit! In��는 fitting slab!